Ja, und das wird sie jetzt auf jeden Fall, ich denke, das ist die Führung für die beiden, weil sie jetzt hier wirklich den Wind genau richtig genutzt haben. Und woher weiß ich das? Weil ich hier immer mit einem Auge auf meinen Computer gucke und in die SAP Sailing Analytics schaue. Und dort kann ich eben diese Winddreher mitverfolgen. Für mich unheimlich komfortabel, das wüsste ich sonst nicht, wenn ich hier vom Studium nur das Fernsehbild sehen würde. Und für mich zumindest unheimlich hilfreich. Ich gebe jetzt natürlich nicht hier, weil du das, glaube ich, bis heute noch nicht verstanden hast, wie das mit dem Winddreherchen zu tun wird. Da habe ich tatsächlich nichts dagegen zu setzen, weil genau so ist es immer. Ich frage mich mal, worüber redet der Tipp und vor allem, woher weiß er das? Aber du bist ja hier auch gleich Pate. So, und da haben wir das, was ich gerade schon vermutet habe, das sieht nach einer relativ souveränen Führung von den beiden deutschen Kohlhoffschulern aus, dass sie einmal mehr zeigen, wie gut und wie wohl sie sich fühlen mit diesen Bedingungen. Mittlere bis starke Winde, bisschen Dreh.